Mario! Ich bin Mario! Oh ne, ich bin Kirby. Ich seh mich bei dem Pinkton-Wixer. Das sieht so behindert aus im Gesicht. Und scheiß Kostüm hast du auch an. Drück mal E auf mich. Wir können uns jetzt schubsen. Warte, wir müssen dem Fabi noch das Ding zeigen. Guck mal rechts, Fabi. Wir können jetzt gambeln, Alter. Ja, Glücksspiel, geil! Wo sind wir denn schon auf dem anderen Bein hin? Ne, wir fliegen jetzt. Willst du mal rausgucken? Nein. Sind wir schon da? Nein! Let's go! Bier! 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 Lass es auf? Bier! Tunsohn! Ah, in uns! Die Tür zu! Metallplatte! Let's go! Mein scheiß Stuhl geht die ganze Zeit runter. Bist du fett? Yippie! 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 Was ist das denn? Oh my god! Big World kommt! Ha! Yippie! Yippie! Jemand da rein? Hallo? Stopp! Stopp! Aua! Ey! Hau da weg! Warte mal kaputt! Der hat ein Stopp-Schild! Ey! Ey komm her! Komm her du Arsch! Ich habe ein Stopp-Schild! Wo ist er hin? Ey komm her! Okay ich kann es mir nicht holen. Wir haben ja auch! Ah! Oh Gott! Oh Gott! Was ist das denn? Fuck! Ich ging nicht um! Das sind Geräusche! Das sind Geräusche! Das sind Bienen! Ich logg sie weg und du nimmst den Korb! Los! Schnell! Komm her! Komm her! Kann ich mehr rennen! Stopp! Stopp! Oh! Da ist jetzt noch einer! Schnell 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 schnell! Kletter doch! Kletter doch! Okay warte mal! Ich habe es unter das Schiff geworfen! No! 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 Oh Gott! Oh Gott! Was ist das denn? Was ist das denn? Was ist das denn für ein Vieh, Alter? Ist er auch geräuschempfindlich? Was ist das denn für ein Vieh, Alter? Was ist das denn für ein Vieh, Alter? Vielleicht... Ey, Dicker! Nein! Oh oh! Oh doch! Schnell rein hier! Oder zurück! Ja, zurück ist besser! Oh! Der kann über die Brücke! Der kann über die Brücke! Scheiße! Heb ab, Fabi! Heb ab! Scheiße! Nein! Ah, jetzt werde ich auch noch aufgestochen! Geil! So spielst du denn vom Schiff, Mann? Die habe ich runtergeworfen! Nee, das glaube ich dir nicht! Das sind wir scheiße! Und über dem seine Unterhose guckt raus! Dreh dich mal um, Fabi! Oh, lass mal schnuppern! Oh! Nein! Lass mich drauf! Nein! Ich glaube, Fabi ist gerade verreckt! Ich glaube auch! Das war ein sehr tragisches Nein! Oh nein! Nein! Das ist nicht deine Hand, Fabi! Oh! Ich bin hinter dir! Okay, da! Nein! Halt drauf, Alter! Halt drauf! Das ist nicht deine Hand, Fabi! Oh, nö! Mixer! Hat mich eingebaut mit dem Schrank! Hat mich geschragt! Hilfe! Du stinkst nach Uran! Ich weiß! Sag mal im Schiff jemand mit der Hand am abheben! Ich hole die Bienen! Und dann gehen wir gambeln! Auf mein Signal, ja? Was ist dein Signal? Herbert! Okay! Es hat nicht geklappt, wo wir los! Nee, wieso ich's? Ich bin fast tot! Okay, warte mal! Ja, okay, ich troll! Hinteran das Signal ist Herbert! Komm, 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 komm! Herbert! Hallo! Ist Fabi verreckt? Ich weiß es nicht! Ich glaub schon! Fabi ist unten! Fabi, nein! Ich muss ein Schild finden! Dann gibt's das einen extra Punkt! Kannst du mal deine scheiß Fresse halten! Hier krabbelt irgendwas rum! Geh du mal vor! Ah! Also ich seh es auf jeden Fall auch! Ja? Ja! Es ist bei der Tür! Es ist vor der Tür! Mach's nicht auf! Ja? Kannst du aufmachen? Nee! Mach auf! Die Spinne hat die scheiß Tür aufgemacht! Alter! Ich sag doch, mach nicht auf! Du musst so Fly-Uwe-Fuck sein hier! Aber... Musst ich mein Mikrofon ansprechen! Ja, das war ein Wurm! Jetzt wird gegäbelt, Jungs! Ja, Mann! Komm schon! Gamble! Ja! Oh! Oh! Rot! Komm schon! Die schwarzen, Fabi! Oh! Oh, Fabi! Zehn! Let's go! So! Nochmal alles auf schwarz! Alles auf schwarz! Alles auf schwarz! Oh! Nein! Ich weiß nicht! Scheiße, was soll, Alter! Ich glaub, wir haben nichts mehr, oder? Nee! Obwohl, ich hol die Bienen! Ich kann nicht mehr! Ich darf seine Leiche nicht! Ich darf seine Leiche nicht! Er wird aus! Ich darf seine Leiche nicht! Er wird aus! Oh! Fabi ist tot! Hey! Hallo! Hey! Ich würd gern was kaufen. Was willst du dann kaufen? Mehr rette ich unter Atombombe. Ah, super. Wir tauschen mal, ich will die Leitung mal ausprobieren. Ich will mal gucken, ob das damaged war. Jetzt alles auf Schwarz? Alles auf Schwarz sagste? 82 auf Schwarz. Oh nein! Komm schon! Komm! Okay, Normales auf Schwarz. 164 auf Schwarz. Schwarz, bitte! Schwarz, Schwarz, Schwarz! Ja! 340 Brombe. 80 auf Rot. Wenn wir das jetzt kriegen, dann haben wir's. Schon! Rot, Rot! Ja! Ja! Das hat nicht der Fabi. Ah, mein Fabi. Ich geb mal den Fabi für den Gämpel, ne? Fabi auf Schwarz. Fabi ist nur 5 wert. Schau, Fabi. Komm Fabi, sei schwarz! Ja! Sei schwarz! Ja! Alles auf Rot. Alles auf Rot. Wie viel hast du jetzt schon drauf? Ich hab jetzt 552 drauf. Ich hab knapp 300. Okay, wir haben ungefähr 800. Oh Gott, oh Gott! Falscher Rot, bitte! Komm schon, Rot! Meine Oma braucht ne neue Krücke! Ja! Ja! Guck mal! Oh ja, Mann! Scheiße, oh ne! So schön! Was ist denn? Was ist denn? Huh? Schau! Nee, das Bild wird ein bisschen geschwassen. Fuck. Ja! Kannst du die Mini deaktivieren? Aktiviert. 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 Hinter euch. Hinter euch. Ah! Das war so flexibel. Hallo Schatz. Ich bin zuhause. Hallo Schatz, ich bin zuhause. Hallo Schatz. B incorporiert. Geldaktiviert. Achim. Hat. Es war das Drei. Er ist im Semin、 mit den.